Wir befinden uns gerade im Levantehaus und das Levantehaus wird für die nächsten Monate und Jahre ein ganz ganz wichtiger Standort für uns sein. Wir werden hier im Levantehaus Mönckebergstraße 7 im Herbst in diesem Jahr unseren Fanshop eröffnen, wo wir neben Tickets und Merchandise-Produkte natürlich auch Produkte unseres neuen Ausrüsters Hamburg näher bringen. Wir haben mit Puma für uns und für die nächsten Jahre den perfekten Partner gefunden als Ausrüster. Wir waren in den Anfangsgesprächen sehr schnell auf einer Wellenlänge. Die Markenwerte, die Puma vertritt, passen sehr, sehr gut zu unseren Markenwerten und von daher freuen wir uns sehr auf die Kooperationen ab dem 1.7. und für die neue Saison. Ja, wir erobern uns jetzt halt ein Stück weit den Norden. Wir haben das große Glück ja mit dem DHB, mit den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen Berlin schon sehr, sehr gut aufgestellt zu sein. In Norddeutschland war noch so ein schwarzer Fleck und da haben wir jetzt einen Herausforderer gesucht und gefunden, der in den nächsten Jahren glaube ich schon den entscheidenden Unterschied machen kann und mit der jungen Truppe, die jetzt am Start ist, mit uns gemeinsam hoffentlich weiter die Erfolgsgeschichte fortschreibt, die ihr in den letzten vier, fünf Jahren jetzt begonnen habt. Ja, wir stehen hier erstmal im Levanterhaus. Ich glaube, dem Hamburger ist es bekannt und liegt natürlich super zentral in der Innenstadt und wir hoffen schon mit euch als Verein zusammen hier für die Handballer ein neues Zuhause zu bieten. Tolles Markenschaufenster für uns, für den Verein, aber auch für handballinteressierte Menschen sich einfach über Produkte zu informieren, die sicherlich über die Merchandise-Kollektion hinausgehen und dem Handballer im Prinzip seinen Mecker zu bieten in der Stadt, wo er Produkte erlebbar anfassen kann und nicht nur digital immer sieht, wie es heutzutage ja durch die letzten anderthalb Jahre natürlich zunehmend der Fall gewesen ist. Wirklich wieder anzufassen, haptisch oder in der Hand zu haben und zu sagen, hey, super, hier fühle ich mich wohl, hier schlägt mein Handballerz hoch und klar, die Liebe zum Verein wird hier dann hoffentlich auch noch mal ganz neu entdeckt, wenn man die ganzen Produkte dann wirklich toll inszeniert sieht. Wir haben uns mit Puma auf einen Fünfjahresvertrag ligaunabhängig geeinigt. Das bedeutet, egal ob Zweite oder Erste Liga, Puma wird die nächsten fünf Jahre unsere Brust zieren. Neben unserer Hammerburg wird die Katze sichtbar sein. Erste Musik Das heißt, wenigstens, die Menschen mit der RT-Gelder und vielen Dank. Hier ist gerade wenn man die T-Dalt fertigstelle, werfen Sie das an der Telefonkante. Und hier sind auch zwei, die Menschen mit der Tat angekantig verbreitet. Ich bin der Tat, der Tat, der Tat.